Bild.de präsentiert Stand-Up-Comedian und Parodist Matze Knoop in Knoops Kult-Liga. Ja, hallo Bild.nl. Ich denke, ich bin Louis van Kahl, der Trainer von FC Bayern. Und wir haben gegen Hannover mit 3-0 gewonnen am Wochenende. Oder für Nuri Shahin von Dortmund 3-0. Jetzt sind wir euch auf der Ferse der Dortmunder. So, ich bin in der Kino und möchte gerne eine Karte für Kino 3. Der Stummfilm. Ja, ich hätte gerne einmal Nachos mit etwas Sosa Contento. Ja, St. Pauli hat auch schon wieder gewonnen am Wochenende gegen Nürnberg. Und die Piratikicker sind auf dem besten Weg in der Champions League. In Genua, da lasse der serbische Hooligans vor Angst schon die Jalousie runter. Lieber sehr. Ja, danke. Läger. Mario Gomez hat drei Tore geschossen. Aber ich habe immer an ihn geglaubt. Ich habe immer gesagt, er ist meine Lieblingsstürmer. Aber der Louis van Gaal hat vor dem Spiel auch eine Wutrede gehalten. Und ich habe alle Spiele an ihre Ehre gewürgt. So ist das. Und jeder hat vor dem Spiel bekommen von Hermann Gerland eine Chili-Shote in ihre Sportbuchse. Ja, das brennt schön. Oh, der Tabelleführer. Ja. Popcorn? Pass auf, ich bin kein Futterbeast. Ich bin ein Firebeast. Aber ich habe eine Frage. So, kannst du dir vorstellen, in der nächsten Saison bei der FC Bayern in der Verteidigung zu Grätschen. Jetzt nehmen wir erstmal Popcorn. Mach das, aber der Film beginnt. Wir gucken die letzte Meisterschaft von FC Schalke. Jetzt endlich. Die Live-DVD Operation Testosteron von Matze Kno. 200 Minuten Stand-Up-Comedy und die witzigsten Bild.de-Clips. Ab jetzt im Handel.